Sie haben die 1 gewählt, das entspricht Textpfeil Nummer 1. Sie haben die 2 gewählt, das entspricht Textpfeil Nummer 2. Sie haben die 3 gewählt, das entspricht Textpfeil Nummer 3. Sie haben die 4 gewählt, das entspricht Textpfeil Nummer 4. Ich, also bei mir dauert es noch. Hallo ihr Dosenfischer. Ich bin die scharfe Chantalle von GC1JG08. Die Zeiten, in denen ich Agenten bei ihren Missionen unterstützt habe, sind leider vorbei. Aber ich habe gehört, ihr sucht noch eine erotische Stimme für eure neue CD. Hier bin ich also bereit für mündliche Aufgaben jeder Art. Ha, 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 ich habe zwar noch von euch gehört, aber ich bin immer knapp bei Tasse und da mache ich fast alles. Außerdem hat der Ume von teststation.de euch und eure Musik in höchsten Tönen gelobt. So, jetzt nehmt mich auf euer Casting-Sofa inzwischen die Rüchenstudio und dann sehen wir mal, ob ich eure Anforderungen erfüllen kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei allen neuen Projekten. So und hier ein paar Sprachproben von mir. Ja, die Sprachproben halten wir immer noch geheim. Ja, Chantalle. Sie sind aber reichlich hin und weg und geplättet. Gern Spuren von Pferd enthalten. In diesem Fall von Upigor. Ja. Das, was die Gewürze natürlich erkannt haben, ist von www.cashstation.de. Ja. Dem, dem. Bastler, wenn wir Papst nicht schon vergeben hätten, dem Meister aller Elektronikspielerei-Basteleien, die so käuflich zu erwerben sind innerhalb der Geocaching-Szene. Ja. Sehr geil. Chantalle, das habt ihr gehört und wer mitgeschrieben hat, hat ja auch die GC-Nummer. Chantalle, er hat ursprünglich mal Agenten auf ihrem Mission. Ja. Ja. Ja.